In 300 Metern haben Sie Ihr Zwischenziel erreicht. Stadt Dannenberg-Hilfe. Sie haben Ihr Zwischenziel erreicht. Volkrad geht links rein. Links ist unten vorher in der Museum. In 900 Metern haben Sie Ihr Zwischenziel erreicht. Und die A1. Das gehört ab. Schlafhausen. Das ist ein Bergdruck. Schlafhausen. Schlafhausen. Hinter uns fährt noch einer, der auch nicht Licht macht. Und noch ein bisschen Glück gehabt. Wir treiben das so. Doch bringt das keinen blauen Weg. In 300 Metern haben Sie Ihr Zwischenziel erreicht. Die A1. Sie haben Ihr Zwischenziel erreicht. Schlafhausen. Besserhundfuhle. Das ist ein Bergkommodel. Jetzt brauchen wir noch mal. In 200 Metern hinten sagen Sie Jakobliegen. Und der W248 weiterverhalten. In 400 Metern liegen Sie. In 90 Meter links abbiegen, in einem Kilometer rechts abbiegen, dann haben Sie Ihr Zwischenziel erreicht.